Alle grüßen nachträglich zum Geburtstag, so geht in England hin mit Rum. Und ich grüß von Freising mit einem bayerischen Vater in Rum. Die Ärzte Süße München und Freising hat heit Eigland umgekommen, und mit Musikgruppen Trachtler und Gebürgsschützen den heiligen Vater zu Ehren. Ich selber komm aus Freising und des beste Bierbrauners Hopfer und Malz. Und sie ham am Freising am Morgen eine Kabine ans Bier in ihren Wappen und des macht uns so stolz. Heiliger Vater, wenn Sie auf Reisen gehen, das tut mich immer wieder faszinieren, aber was mit den ganzen Hirten, die selber geschenkt kriegen, das tut mich schon interessieren. Heuer, wenn Sie in Mailand an Weltfamilien treffen, da hat Ihnen ein kleines Dirndl gefragt, wie es einmal ausschaut im Paradies, dann ham Sie selber zu einer Antwort gegeben wie in Oberbayern, da wo mein Heimat ist. Sie essen mit Vorliebe gern Weiswurst und da folgt mir grad ein, statt ein Bier trinken Sie dazu, ein Grahal, da wer nicht Weiswurst beleidigt sein. Ja, der Papstbruder Georg hat mit den Domspatzen an Weltrum fährt, denn die allerschwierigsten Stücke ham's aufgeführt, bloß Gstanzelsinger ham's nicht gelernt. Dass unser Kardinal Marx in Castelgondolfo heut dabei ist, das is wirklich g'scheit, damit er seht, was im Dominienhof in Freising machen braucht in nächster Zeit. Eine neue Korbinianskirche zu hören von unsern Kardinal Marx in Rom erbaut, is is wirklich ein Gotteshaus, obwohl's von auseinanders ausschaut. Den heiligen Vater immer begleiten, des einzigen Birgschützen trauen, drum dörns ein wenig mit Neid zu der Schweizer Garde hinschauen. Heiliger Vater, ihr ne, hört's, des Schlag, barisch, des geb'n sich selber bekannt, und des war net so ein paar Gstanzel vor ein Freisinger im schönen barischen Land. Und zum Schluss do Pippen und für Pippen her gut rum, weil mir Bayern samme extra und lass'n uns gern rum. Applaus Klatsch Vielen Dank.